guten tag leute und willkommen zu diesem neuen video wir sind hier heute mal wieder auf pati xdhd.net und wir nehmen jetzt gleich ein trolling auf mit dem lieben profi hallo profi hallo und ja da werde ich vorschlagen gucken wir mal und zwar wir haben uns hier mal diesen kuko 108 ausgekundschaftet und haben da auch eben so ein bisschen was schon gemacht und zwar hier muss immer die kiste gucken so sieht wahrscheinlich keiner eine kiste also ja das ist schon so ein bisschen komisch und hat es noch nicht gemerkt das ist witziger und ja da hoffen wir jetzt einfach mal dass er nicht jetzt afk ist und ja nach dem motto wir gucken jetzt mal haben ich habe es jetzt glaube ich so ein bisschen von abgegriffen und seiner trolling channel challenge da ein bisschen inspirieren lassen und würde vorschlagen dass wir das so ein bisschen ähnlich machen dass wir uns gegenseitig aufgaben stellen immer wieder ein bisschen mehr das ist ganz cool und das machen wir dann so lang bis es halt also er merkt es wahrscheinlich nicht weil er nicht weiß dass hier getrollt wird also können wir nicht sagen bis irgendwie erst irgendwas schreibt im chat wir machen einfach bis er irgendwie extremstens verwirrt ist und dann kriegt er auch eine kleine entschädigung vorausgesetzt er ist jetzt nicht afk anders daneben wenn sie mit anderen deshalb würde ich vorschlagen ich hätte ihn jetzt mal von hinten dann gucken wir mal ob er da ist und wenn er sich jetzt gleich umguckt was er wahrscheinlich nicht tun wird weil ich glaube ich schwer glaube dass er afk ist ja suchen wir uns jetzt jemand anderen deshalb sehen wir uns noch im cut geil ciao wir sind jetzt wieder und wir haben hier jetzt uns mal diesen nils farm herausgesucht und ich würde vorschlagen da wir jetzt wahrscheinlich gleich ein bisschen was alle abgegriffen ein bisschen was machen werden wenn ich hier mal kurz zu freien kopieren mal kurz ein grundstück und expand wird copy und ja dann gucken wir mal und das pasten wir jetzt mal vorne und genau so und dann passen wir jetzt hier ganz kurz rein dass auch nichts verloren geht von seinen items weil wir wollen ja nicht dass er darunter schaden trägt so es müsste alles soweit da sein und genau dann würde ich vorschlagen profi du fängst an wo ist er denn er steht da ich würde vorschlagen irgendwas kleines wenn er nicht hinguckt baust du die treppe im pool ab ok also ist schon relativ zeitnah ja muss ich jetzt warte oder 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 nee ich habe ich habe was besser dass ich treppe bau bau das sprungbrett ab wenn er gleich weg geht der geht bestimmt gleich blöcke holen genau und jetzt war einfach sprungbrett ja genau und ja jetzt gucken wir mal ob das auch was was bringt das was cooles ist was merkt ja ich glaube ja er hat es gemerkt oder hat er da war auf jeden fall dieser wo ist es im moment ja also hoffen wir dass das ja genau stell du mir eine aufgabe ok und dann macht er denn hier so schönes ich würde sagen du bringst den pool ich was also blut trocken ist den pool aus mit world edit ok mache es ganz sehr gerne jetzt noch machen ist nämlich gerade an seinen kisten gucken wir mal ob er sich fragt wo sein wasser hin ist ja das fragte zu bestimmen ich wollte ich um alles dann mal dir auch am anfang sagen weil ich dachte es ist so extrem für den anfang na lol jetzt ist er weg ne wo hat er sich in tp dass man nach dem tp nils farmer da ist in die farmwelt gegangen ok also das heißt auf jeden fall meins wird jetzt nicht so schnell merken das heißt du bist jetzt als nächstes dran ok ihr seht leute es lagte noch ein bisschen oh der hat hier eine base oder ja das gehört wahrscheinlich allen so ein bisschen denke ich mal ja ich würde warte kann man überhaupt so nahm spawn bauen frage ich mich jetzt gerade weil das ist ja direkt hier schon ziemlich nah ja ich habe es nicht so weit gemacht die spawn protection so wir laufen hier nehmen mal ein bisschen nach und gucken mal was er so macht aber der hat aber ein cooles cape muss man sagen ja ich sehe es nicht ich guck dir auf deinen hinterkopf ist aber auch einen schönen hinterkopf doch das ist das cape ist cool wo soll er denn jetzt hin? ach da dahinten du bist zu schnell gewesen ich würde vorschlagen bau den weg mal hinter ihm ein bisschen zu einfach hinter ihm hier den weg so ein bisschen mit clean stone zubauen genau die fackeln kannst du stehen lassen einfach hier so zwei drei blöcke einfach grad so zubauen denk dran er hört das ja hoffen wir mal dass das dass er es bei profi merkt oder das hat sich zumindestens dass es witzig ist wird es nochmal die fackel weg gemacht ok scheint ist er jetzt auch afk gegangen ja hoffentlich nicht ne er ist wieder da oh da ist er wieder ok hat es aber nicht gemerkt oder? ne er hat es nicht gemerkt so was was soll ich machen? ähm du gehst in den gammer 3 gammer 3 ok ok warte gucken wir ja mal hier und du platzierst jetzt vor ihm Lava sodass er sich dahin muddelt ok das heißt machen wir warte ich gucke mal schreib mir den command kurz mal in den ähm Ding und kopieren dann set block äh genau da wo ich bin minecraft lava kopieren so und jetzt setzen wir ihn hier hin ok mhm ok da baut er sich jetzt nicht hin da hat er einen ofen hingestellt ich machs mal ich machs mal noch nebenbei 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 noch einen block dahin weil wetten wir der Bulle sich jetzt gerade aus ok hat er jetzt eine ja ja da ist ja noch kohle die würde wahrscheinlich noch abbauen ja aber ich dachte so warte wir machen hier auch noch einen block hin hast zwar gesagt nur einen block aber ist egal das vielleicht vielleicht baut er das jetzt auch noch ab hoffentlich also gucken wir mal es ist witzig so ein trolling aufzunehmen wenn mehr Leute da sind geht das auch gleich viel besser hop komm bau endlich einen block ab ok ansonsten machen wir einfach mal weiter das heißt ich bin jetzt dran ja ok ja dann denk dir mal was schönes aus achso du bist dran achso ich muss was ausdenken ich dachte ich dachte du bist dran in dem sinne du darfst hier was ausdenken ne ne dann äh in Game O3 das coole ist in Wendich in Game O3 kannst du in Wendich in Game O3 auch in Kisten gucken und in Öfen und ich würde vorschlagen klau ihm sein Zeug aus dem Ofen raus ok zack da ist es weg jetzt wundert er sich schon ja äh wo ist es hin jetzt baut er ihn ab oh 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 ok also man kann das ja nicht sehen workbench ist weg er muss die Kohle abbauen er baut sich weiter also stell mir noch eine Aufgabe ok ähm vor ihm Lava ablesen nochmal oder ja würde ich fast schon sagen er baut sich gerade so schon gerade raus lol er hat mit Wasser gearbeitet alles klar jetzt hat er die Lava mitgenommen ja klar ja nice ich soll ich jetzt Lava machen ne schade ne da ist Bedrock das ist ein bisschen schwer ja das ist was ähm so warte jetzt hast du mir eine Aufgabe gestellt jetzt darf ich wieder dir genau jetzt bist du wieder dran ähm ich würde vorschlagen Bau nochmal hinter ihm den Weg zu aber richtig heftig so richtig dass er nie wieder hier raus fährt dass er genau so ab da unten so ab dem Weg wo es da runter ging ok nochmal ein Game O1 zack bisschen clean stone wo ist er gerade ja so ab der Kurve da von unten genau genau und jetzt von oben den Weg auch noch oder lasst du lässt du den oben frei weil ich glaube er baut sich dann hoch und findet ihn wieder genau warte 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 ja gut gut ich würde sagen das reicht schon zubauen ok oh oh der baut mitten auf Lava zu warte 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 da kommt nichts ich glaube er versucht das so zu machen soll ich jetzt mal hier mittendrin hin oh er geht zurück oh 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 warte da oben ist ein Weg bau mal bau mal da schnell zu weg hier ja schnell beeil dich schneller 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 ja gut jetzt 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 hat er x-ray oder wieso guckt er sich so ja da war ich auch gerade überlegen schnell bau schneller zu kommt er in meine Richtung ja er kommt 100% in deine Richtung ja er wundert sich er wundert sich wo sein Weg hin ist und ich glaube er hört die Blöcke deshalb greift er da weiter hin ne lass mal jetzt einfach so lass mal so ja ich mach hier noch einmal zack und er hat die Lava gesehen hat auf dem Block geplaced oh er hat sogar einen Smaragdor gekriegt ja das ist wegen wegen dem Orgenerator deshalb geht die Lava nicht so direkt weg oh er ist in der Lava oh da kommt er nicht mehr raus ne ok das war es mit ihm er hat sich weg tippt oder? ja hat sich tippt ne wie hieß er nochmal? nils gell? ja er ist bei sich zu hause ja gut dann gucken wir mal weil äh wie gesagt sein pool genau sein pool ist ja auch noch genau gedrained wie du es immer so sagst ja ja es gibt ja den slash slash drain befehl dafür echt ich habe einfach replace water 0 gemacht auch nicht schlecht mach ich immer so weil im Grunde replace du ja das Wasser mhm sonst gucken wir mal er brutzelt wieder was in seinem Ofen wer ist jetzt eigentlich dran? ja du bist dran ich bin dran also das heißt ja ich habe ja den Weg zu gebaut das heißt ich kriege jetzt eine Aufgabe ja Öfen abbauen ok ne Ofen oh er geht zum Pool haha hat es gemerkt ja ja also ja das ist jetzt komisch ja ich glaube das hat aber ein bisschen was mit Wasser zu tun ne? ja ich glaube auch hä? wie das jetzt? ok dann ähm was muss ich tun? ok ähm die letzte Aktion für heute guck mal was hat der denn so ein Inventars ja wo ist er denn jetzt wieder hin? tp wieder in die Farm wird nein er ist offline lol ja gut ja das ist jetzt nicht so slash g list äh ja der ist offline nee gar nicht sexy das finde ich jetzt nicht gut wir wollten ihm eigentlich noch eine Entschädigung geben dafür dass er getrollt wird ne 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 immer diese Leute die einfach offline gehen das finde ich jetzt aber nicht gut ja gut Leute dann äh will ich sagen ist das Trolling an der Stelle auch beendet ich hoffe es hat euch gut gefallen äh und war genauso witzig für euch wie für uns und äh hoffe ja es hat euch halt gefallen und ähm genau er kriegt seine Entschädigung auf jeden Fall noch und ja finde ich jetzt ein bisschen schade dass er nicht mehr da ist dass er jetzt nicht aktuell hier ist weil ich wollte eigentlich dann Entschädigung noch ein Video geben ja gut dann hoffe ich ihr habt noch einen schönen Tag und äh ciao tschüss 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 Vielen Dank.